Ja, achso, da muss ich Enter drücken. Ich warte und warte und warte und da kommt nichts, aber ich muss ja Enter drücken. Ja, jetzt gehen wir erstmal in die Shops. Merchant, was hat der denn? Hallo, guten Tag. Das ist aber nicht viel. What would you like to buy? Rice Ball, 5 Coins. Rice Balls, haben wir noch was anderes? Red Pachinko, 100 Coins. Ach, der Red Pachinko, ja, der wurde mir mal empfohlen. Mega Steel Shield, plus 25 Coins. Pack of Pachinko Balls, 20 Coins. Okay, das... Das könnte reichen. Red Pachinko, 100 Coins. This is the Pachinko, a great rapid fire weapon. Each attack causes relatively low damage, but it will deal consistent amounts of damage, regardless of the enemies' defenses. Buy this weapon. You currently have 29 Coins. Ja, toll. What would you like to buy? Pack of Pachinko Balls, 20 Coins. These Balls are used as ammunition for the Red Pachinko. They come in packs of 100 Balls. Und ich kann mir nur eins davon kaufen, und das finde ich nett. How many? One. Ja, mehr kann ich ja nicht. You currently have 9 Coins. Mmh, schön. What would you like to buy? Rice Ball, 5 Coins. Dann nehmen wir so einen Rice Ball. How many? One. So. You currently have 4 Coins. Ja, perfekt. What would you like to buy? Back. We also have a sister shop nearby. Please check them out as well. Ja, schön. Den würde ich jetzt gerne, aber ich muss erst mal Geld haben. Select a stage tutorial. Mal gucken, trotzdem mal vorbei. Mal gucken, was die so haben. Äh, ja, und zwar. Select a merchant. Nochmal merchant. Hey, hey, Alex. Long time no see. Ja, long time no see. Sehr schöne. Begrüßung. I've known you ever since your first adventure. Ehrlich? Mensch, bin ja richtig berühmt bei dir. Just as always. I've got some good stuff for you today as well. Okay. You currently have 4 Coins. Ja, toll. Das bringt mich nicht viel weiter, aber egal. What would you like to buy? Mushroom, 8 Coins. Ach. Mush, Mushrooms. Okay. Long blade, 120 Coins. Long blade. Mine, 5 Coins. Der hat Minen. Line ball, 5 Coins. Line ball. Compact sonar, 100 Coins. Oh, das ist so nah. Das müssen wir uns auf jeden Fall holen. Na. Wir brauchen aber dafür erstmal etwas mehr. We're praying for your success on this continuing journey. Take care. Ja, dankeschön. Wir müssen aber erstmal ein bisschen mehr Münzen machen. Das ist notwendig. Select the stage. Tutorial. Jetzt gibt es einen kleinen, was heißt einen kleinen Trick. Also, was ich verraten kann, ist, dass man sehr gut Münzen sammeln kann. Und zwar im Stage 4 in Level 2. Weil da halt Monster zwar kommen, aber man kann da halt sehr gut Münzen sammeln. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht irgendwie die Türen in irgendeiner Weise, äh, dann irgendwie, also diese, die, 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 die Türen halt aufmacht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Nein, noch nicht. Lass uns erstmal Münzen sammeln. Okay. Katzen, los, bitte. Ich sammle jetzt mal Münzen. Ich muss dann natürlich auch wieder durch die ganze Schose durch. Die hier im... Ach, dann geh halt weg. Die eine Katze macht sowieso alle platt. Wir brauchen Geld. Oh, Gott sei Dank, es ist nicht keiner vor der Tür. Wir brauchen noch hierhin noch ein paar Pachinko-Bälle. Bälle? Äh, bla bla bla. 149.0 150.0 Objektinfo. Door at 150.0 Coin at 150.0 Ja, toll, die liegt genau davor. Na schön. Wo sind meine Katzen oder meine Katze überhaupt? Wo schleichten die von wieder rum? Na gut, holen wir noch eine neue. Au. Coin. 100. 103. Coin. Ich hab Angst. Ja, ich wusste es. Mich mach ich platt. Und für dich hol ich eine Katze. Nein, nicht schon wieder. So ist gut. Bloß nicht vor der Tür liegen lassen. Das Zeug. Es geht auch ein Weg. Ja gut, okay. Sehr schön. Macht ihr mal weiter. Na eben. Siehste. Schon wieder gelevelt. Okay, du bist mir zu stark. Ja, wir gehen nach Hause meinetwegen. Schön. So sammelnden Münzen. Wenn man jetzt wissen will, wie viel Münzen man hat. Ach so, haben wir die noch. Blue Ball, Green Ball, Yellow Ball, Bunch of Keys, Science Room Key, Coin 41, can be exchanged as currency for various items. Okay, 41 haben wir jetzt. Das könnten noch ein bisschen mehr sein. Como ist Ja, da geh halt heim. Steh mir nicht den Weg rum. Geh weg. So viele Münzen. Halt, hier ist noch eine. Jetzt ist wieder drüben welche. Da haben wir noch ein paar. So, dann säbeln wir noch ein bisschen. Ja, das ist wieder drüben. Ja, das ist wieder drüben. Okay. Da geht das mal nach Hause Jetzt sammle ich hier mal Münzen ein Und dann level ich die Stelle Okay Werde doch gelacht Ich würde auch gerne den Pachinko mal ausprobieren, aber Die Bälle sind mir zu kostbar Obwohl, wenn wir genug Geld haben, dann könnten wir sie auch benutzen Weapons, Red Pachinko, 1, Attack 20, Multiplier 0.5, 18 Tech required, Defense Piercing, the enhanced version of the... Oh, doch, wir haben genug, okay Was? Oh, Mist Ist aber nicht nett Wie lade ich in die? Oder habe ich gar keine mehr? Hm Okay Oh, falsche Richtung Das geht natürlich auch Dann schmeißen wir eben Okay Aber so ungefähr geht's Dann kann ich ja schon wieder was hochsetzen Und wir werden stärker Und kriegen Münzen Ist das nicht vollkommen toll Aber jetzt brauche ich doch nochmal die Katze hier Ja, mach sie fertig Katzi So, während ich hier noch ein bisschen Münzen sammle Werde ich mich verabschieden Und wir werden uns dann demnächst wieder hören Zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Bocorano Äh, äh Bocorano da Bucen So Und ich Will jetzt hier erstmal noch ein paar Münzen Oh, Münzen Oh, schade Von schon vorbei mit Münzen Na gut Dann, äh Taubsthe ich mich halt so Geh mal da wieder rein in dieses Ding Hol mal nochmal was raus Ja, okay, das hatten wir ja schon, ne Deswegen brauchen wir das eigentlich nicht mehr Jep B-Y-U-C-Y-U-T-C-S-U Q-F-S-F Select a Stage Tutorial Okay, ähm Wir machen dann Stage 5 The Adventure begins Machen wir dann das nächste Mal Tschüss 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 Vielen Dank.